Ja, ich bin's nochmal und das Finale ist nun vorbei. Ich habe den zweiten Platz belegt, ich bin super happy, ich bin sehr zufrieden und ich habe ein gutes Turnier gespielt, denke ich, und das Beste rausgeholt, was ging und Respekt an meine Gegnerin, die auch noch sehr jung ist und super gespielt hat. Es war ein zähes Match mit vielen Safeties, aber es war toll. Ich möchte mich bei allen bedanken aus der Ferne, aus Deutschland, aus allen Ländern und vor Ort natürlich für die Superorganisation, für das tolle Hotel und für natürlich auch die Fahrer, die uns jeden Tag hingebracht haben und wieder zurückgebracht haben. Super Event, vielen, vielen Dank und ich wünsche allen eine gute Heimweise. Bis dann.